So sieht mein hübscher Bruder aus. Wenn er noch nicht gebürstet ist und der Dreck getrocknet ist, das wird ein fest. Der fest getrocknete Dreck, wie die hier zum Beispiel, lässt sich mit so einer schönen gemütlichen Haarbürste wie der Mason fassen. Es kann auch wieder andere Bürste sein, die nicht so stressig ist für den Hund. Gut rausbürsten, dann fällt erstmal der getrocknete Dreck ab. So langsam wird das. Er ist ein ganz ganz lieber sozialer Hund. Er putzt mich, während ich ihn bürste. Langsam kommt der hübsche Pudel drunter und der Dreck geht ab. Jetzt sieht er wieder aus wie der hübsche Pudel, der er ist. Mit gut geklemmten Löckchen, sauberem Gesicht, entwirken Haaren. Der ganze Dreck ist raus. Artig. Zeigt sich. Hübsch.